So, und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMC 2. Mit dabei ist Torben, wie immer. Grüß Gott. Ähm, ja, jetzt kannst du immer sagen, was wir fahren. Ja, wir fahren heute, äh, Hohenkirchen. Stadtverkehr, Liene 2. Ja. Der Leon, der fährt von Neustadt zur Thera. Ich genau entgegengesetzt, sprich von der Thera mit so Neustadt. Das stimmt nicht ganz, ich fahr von Hohenkirchen Flugplatz. Aha. Ist aber schön, dass wir von dort wärs. Ja. Finde ich auch. So, warte mal, ich muss mal einen Fahrplan aussuchen. Jo. Hier, 1845. So. Ey, vom Flugplatz, dann fährst du aber nicht zur Thera. Ne, fahr ich auch nicht. Achso. Jetzt. Wieep! Wieep, wieep! Ja, Herr Luthers, das ist uns über die Ausbildung, danke. Ja. 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bitte. Bitte. Hey, wieso fährt denn hier? Fährt doch normalerweise ein Bus los oder nicht? Wo ein Kirchenflugplatz, oder? Na, aber ich glaube, wir haben manche Fahrten. Äh, irgendwie... Na, warte, fahr mal, äh, von einer Jugendherberge. Ach, wunderschön, können wir uns gerade auch nicht ins Bohnen, aber das nervt ja auch richtig, ne? Doch, guck mal, Linie 1. Dann haben wir's, dann geht's doch gleich los. Genau. Glatz, glatz. Ach ja, omsi, das dauert doch immer. Das ist halt omsi, ja? Ja. So. Können wir die Schoße mal auswählen, von Hohenkirchen Jugendherberge. Äh, genau. Äh? Was ist das bei der 1 für eine Linie eingeben? Äh, 0, 0, 1. Ja, dann machst du 10. Hä? 0, 0, 1. Falsche Route, ist der doof, oder was? Das macht doch Linie E. Rastenberg. Oh, 1, klar. Warte mal, ich stelle mal in Linie. Ja, 0, 0, 0, 1. Oh, Leute, was ist denn das für ein Blödsinn hier? Und dann muss das Haus viel mit mir erhalten. Tut mir leid? Ja. 11 für 5,50. 11 für 5,50. Jens, da haben wir's. Jens. Jo, perfekto. Ja, Tom. Das war ich noch nicht. Klar. Nein, das war's. Äh, um sie. So, on wir rechts. Ja, Tom, was gibt's zu erzählen? Nicht viel, war? Na, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, was es Neues geben sollte. Okay. Hallo. Neues Add-on, ja. Heute geht der Eventskalender los. Ja, stimmt. Mal schauen, was drin ist. Na, wie ist das? Ja, das Ding hat ja mal gar keine Power-Dale hier. Ne. Was ist denn das, Junge, ey? Welche Klassen? Ähm, WSW. Gemoddet. Ah, mit den Schiebetüren vorne? Ne, äh, klappt. Schwenktüren. Hallo. In Schwenk. Jo. Oh, ja. Also, statt zumindest in der Beschreibung. Ja. Ja. Oh, ja. Oh. 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 In your eyes. Wofür hast du jetzt? Ich bin vom Jugendteil Berge los. Okay. Genau. Türfreigabe. Erste Türflüge. Tür schließen. Türfreigabe rausnehmen. Hochsenken. Es ist ja ganz schön kalt hier drin. Ich mache mal das dynamische Wetter mal an. Ja. Das kann ja auch mal sein für die, die so nicht wissen. Genau. Boah, der Scheiße. Ja, ja. Was denn? Meckern hier. Das mach ich auch wieder raus, das geht auf den Sack. Aber richtig. Genau, mal schauen, wann Tirona Wald rauskommt. Hallo. Ich denke dieses Jahr nicht mehr. Ich hab' nicht Hoffnung aufgegeben. Ja, auf jeden Fall. Das kommt, dass wir in den nächsten zwei Jahren nicht mehr erscheinen. Ja, wenn man wie jetzt mal die... den Usern hier auf aktuellen Stand bringen würde, ja? Und wenn man nicht Kommentare löschen würde. Ja. Naja, schreibst du da was und dann wird das gelöscht oder was... was soll das denn? Ja. Ganz tolle... Ich weiß, ich hab' gesagt, ich hab' ja mal ein paar... auf aktuellen Stand bringen hier. Und da hab' ich die löscht, aber immer kaum neue Bilder. Naja, ist einfach Teil dämlich ist das. Hahaha. Ja. So. Ach, joa. 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 Joa, ist das ein Rotzfahrzeug, ne? Ja. Der hat ja wirklich gebevölkert. Gutschi. Joa. Okay. Joa. Pflüff. So, mal schauen, was auch hier nie neues gibt. Hab' ein Zeltler. Hm? Ich habe Toll, es ist ein Bahnhof. Ähm, na ne, Forum. Äh, mein ich doch. Boah, sind ja am Bahnhof, sind ja alles voll mit Bussen. Ja. Verrückt. 2 Minuten Zeit noch. Yo. Oh, ja, war es 2 Minuten Zeit. Guten Tag. Ja, warte mal kurz, 1,5 Minuten, dann können wir weiterfahren. Ja. Sollste, das neue Seedra hat uns ja erschienen. Ich bin positiv verrascht eigentlich, sage ich mal. Das einzige Problem ist halt mit der Matrix, dann muss man irgendwie aus dem Standardbus die Matrix-Dateien, wenn ich es richtig gelesen habe, mal rausnehmen und dann da einfügen. Dann sollte es theoretisch funktionieren. Äh, für die, die auch die Probleme waren. Ich habe es bei einigen gelesen, die auch das Problem hatten. Ähm, ja. So sieht das aus. Genau. Oh, ich weiß nicht, fahren wir weiter. So. Oh, ja. Sto, ich habe mal einen Motor. Hm. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o gitu. Üffsinn! Ja, ja. Vorsicht! Torben? Leon? mittag mal spontan live oder so welche zeit habe zeit habe ich ja ja mal kicken ach fast andere richtung sich gerade war die fährst ja andere richtung ja soll ja recht betriebshof kürchen läuft echt gut ey ich bin noch ein fan von lana ja ich weiß ja oft dauert lana auch langweilig boah ein bisschen abwechslung ja ja mittlerweile ja das muss man auch dazu sagen aber ich glaube der bus habe ich die ganze woche jetzt ja toll ich habe ja kein wissen sollte ich auf die landsdorf kommen aber das versprechen werden wir ja nicht halten also habe ich keinen festen lustiger aber ist das so soo steppark da sind wir tschüss tscherbark tscherbark aber wie schnell bist du da eben jetzt auch ich muss mich doch nicht weit maximal 50 bin ich hier fahren schneller wird sie leider auch nicht auf der krat reicht ja auch für dich denn doll nicht mhm ist ein korkenbuss hier her carry the rain by a moonlight shadow und stell doch aus ey man dein geheimnis tross ey aber auch hat sieh her hat hat ä hat hat s싶 den ja berghoch hier mit 30 verarschen was von der ist auch so übelst träge ja also auch wenn er kriegt aus dann hat er wie keine power tja komisch ganz komisch ja ja zu feier ja ach ja leichter nicht wirklich wenn man gerade auch flugplatz ist auch so eine hässige assi einfahrt hier am flugplatz da ja 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 Oh, will der mit? Nö. Ah, Fander. Ja, ich muss dann nachher noch mal gucken, wie wir das nochmal gegen diese Stadtlinie schildern. Das kann nicht so schwer sein. Tja. Komisch. 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 Mal, Karai. Wo bist du? Ich bin jetzt von Kirche Friedensbundesplatz da. Oh, bist du richtig da? Jo. Geht auch schon schnell die Linie. Sonst gefällt mir. Na ja. Top. Geh nicht übermäßig lange hier. Deswegen. Ist halt richtig geil. Ach, ja. Ja. ja wie gesagt immer nicht vergessen abo da lassen leck da oben da oben so ja aber ich sage mich das video gefeiert dass der abo da da noch oben bis nächstes macht's gut und tschüss